Jo, und willkommen zu einem neuen Video. Im Shop gibt es einen richtig geilen neuen Skin und zwar die hier, die habe ich mir auch direkt geholt, aber natürlich mit dem Code ARIANFN und auch die Spitzhacke, finde ich richtig geil. Also ja, falls ihr euch was holt, ihr könnt gerne den Code ARIANFN benutzen. Einfach rechts unten bei Unterstützer ein Creator, ARIANFN eintragen und dann könnt ihr mich kostenlos unterstützen. Würde mich auf jeden Fall freuen und schaut auch auf jeden Fall mal bei Suit vorbei, also der mit dem ich gleich streamen werde. Er hat auch einen YouTube-Kanal und er streamt, glaube ich, auch jeden Tag. Ich bin auch mega oft dabei. Also ja, schaut mal vorbei, erster Link in der Beschreibung. Und ja, los geht's mit dem Video. Hallo. Hallo. Und was geht's? Nix. Du hattest gestern Geburtstag, habe ich gehört. Ja. Alles Gute nochmal nachträglich. Danke. Und, wie alt bist du geworden? 18. 18. Ja, wahrscheinlich. Nee, 10. Okay, auf jeden Fall, ich habe noch ein Geschenk für dich, aber das musst du dir ja noch ein bisschen erarbeiten. Und zwar, wenn du willst, können wir jetzt drei Runden spielen und pro Win, den wir holen, dafür bekommst du 13.500 V-Bucks. Also das 100-Euro-Paket. Willst du? So viel. Ja, so viel. Aber wir müssen auch einen Win holen. Gerne. Okay, ich sehe gerade, du bist auf PC gewechselt. Aber du spielst schon mit Controller auf PC, oder? Ja, ich spiel mit Controller auf PC. Okay, das heißt aber, die Gegner werden jetzt besser sein, oder? Ja, leider. Aber das schaffe ich ja easy. Okay, wollen wir ganz normal Duo spielen oder Duo gegen Squad? Erstmal Duo. Okay. Vielleicht letzte Runde Squad. Wie findest du eigentlich den neuen Skin? Oh, der ist mega cool. Aber wenn du dir den holst, dann mit dem Code ARIANFN, ne? Ja, klar. Okay, wollen wir anfangen? Bist du bereit? Ja. Okay, los geht's. Ey, aber kein Bock, dass du dich die ganze Versteckst. Wir machen, dass du noch drei Kills machen musst dazu, okay? Okay, drei Kills musst du noch dazu machen. Drei Kills und win. Ja. Mindestens drei Kills. Wohin? Hm, Loni. Oh, gar keinen Bock, okay. Wenn du's sagst. Ja. Okay, also ich muss ja eigentlich fast gar nichts machen. Ich muss mich eigentlich gar nicht anstrengen. Ja, bis da schuldstellt. Du lässt dich halt safe extra mocken. Aber dann machen wir direkt nur eine Runde. Ey. Meinst du schon, ihr will? Du nimmst halt so nicht rein, ne? Hm, aber ich find drei ein bisschen zu viel. Ich mein, wir spielen ja PC-Locken zu. Äh. Ja, okay, dann zwei Kills musst du machen, okay? Das müsste aber einfach sein. Ja. Äh, warte, ich hab einen großen Schild dran für dich. Oh, danke. Ja. Sag Bescheid, wenn du noch eine Shotgun findest. Und wir müssen übrigens langsam in die Zone. Ja, da oben sind Flugzeuge. Dann können wir ein bisschen in der Luft sein. Danke. Wie viele Runden willst du, dass du denkst, wir gewinnen wir? Ich weiß nicht, das sind PC-Locken, das ist ein bisschen schwerer. Aber mein Ziel wäre es auf jeden Fall, eine zu gewinnen. Äh, da ist ein Gegner und... Nicht geht's hin, ist mir egal. Da ist ein Gegner. Ein Gegner ist hier. Es ist halt unfair, dass du die Kills bekommst, weißt du? Ah, ha, ha. Schön beide geholt. Hier ist ein Scar für dich. Schau mal, ich hab den einen davon jetzt so Rundschock gemacht. Also, ich hab schon die zwei Kills. Ey, hier sind noch welche. Oh ja, komm. Hier sind welche drinnen. Nee, vor mir sind welche. Ey, aber hier sind auch welche. Ja, wir fighten erstmal die vor mir. Hab den anderen. Die anderen schießen auf uns. Ja, ja, ja. Äh, hier ist ein BG, kannst du den mitnehmen? Oder warte, ich lasse den Medikit liegen. So, wo sind die anderen? Ja. Einer hat kein Schild mehr. Der linke hat kein Schild mehr. Wollen wir die pushen? Oh, meine Hände schwitzen. Ja, du brauchst halt noch ein Kill. Baut dich nicht so riskant hoch, bitte. Chill. Wo sind die denn? Die sind in der hinteren Halle. Äh, ist da noch das Rift von vorne oder hast du mitgenommen? Ich hab's. Hinten kämpfen welche. Komm, wir gehen hinten rum. Okay. Ja, warte. Wie viel Materialien hast du? Ähm, 800 und so. Ja, okay. Ich hab auch ungefähr 800. Denkst du, wir gewinnen die Runde? Hm, nein. Warum nicht? Weiß nicht. Ich bin noch nicht eingespielt. Hä? Wartste. Hast du Schild für mich? Nein, die anderen. Wir müssen weg. Der eine von denen ist tot. Schild geben? Äh, ja. Hast du Verbände oder so? Gar nichts. Fuck, ich hab mein Medikit von vorne liegen lassen. Warte, einer von denen ist genockt. Pass auf, vorne vom Berg. Hat den nur schön gefinisht. Achtung, komm zu gut. Der ist bei mir. Unten. Der hat einfach kein Leben mehr. Bei mir, bei mir. Er ist über mir. Ich hab ihn. Nice. Ah, okay. Zweck ist das schon mal. Komm hoch. Wir warten jetzt. Brauchst du einen Verband? Ja, bitte. Wollen wir die neue Zone jetzt schon? Und uns da einbauen, oder? Nee. Nee, noch nicht. Wir gehen hier gleich unten bei Wailing. Ach, bei Dustin. Setz dich rauf. Setz dich rauf. Setz dich rauf. So, Geschütze erstmal droppen. Okay, wahrscheinlich noch zwei Teams. Komm, lass hoch. Komm, schnell. Komm her, komm her. Warte noch kurz. Lass auf den linken hier. Gehen wir auf. Und ein One-Shot. Ich habe einen. Bleib oben, bleib oben, bleib oben. Die anderen sind noch da. Bitte komm hoch. Ja, tschö. Oh. Oh mein Gott. Fuck, erste Runde direkt. Ja, Mann. Nein. Sechs Kills. Was? Sechs. Junge, einfach erste Runde direkt gewonnen. Was sagst du dazu? Ich bin glücklich. Wollen willst du? Lucky Landing. Wir haben doch jetzt schon eine Runde gewonnen. Da müssen wir doch jetzt nicht mehr so safe spielen, oder? Ich bekomme noch für jeden Sieg V-Bucks. Ich spiele jetzt, glaube ich, extra schlecht. Doch. Weil ich will dir nicht nochmal geben. Oh, ich habe den neuen Shotgun. Ich noch nicht. Guck mal, wie die Spitzhacke dich anschaut. Guck mal, wie die Spitzhacke dich anschaut. Oh, du hast die gleiche? Ja. Aber schon mit dem Code ARINFN gekauft, oder? Natürlich. Ich will nicht. Was? Äh. Ey, das ist gerade nicht passiert, oder? Warte, was? Er hat sich selber gekillt. Ey. Hallo, willst du dir was dazu sagen? Cool. Wo? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Komm mit. Einer hat einen Hit. Nee, das schaffen wir gar nicht. Wollen wir da nicht einfach hochgehen? Nee, ein bisschen in die Nähe, aber nicht. Der ist weggesprungen. Ja, ich sehe es. Kommst du? Ey, die sind bei mir. Ich habe einen. Hä? 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 Ich habe ihn. Mann, ich hatte dir einen Hinwarteil gegeben. Das ist was zum Nieren für mich. Ja, komm her. Das ist Lopper. Pass auf, steh nicht so offen rum. Äh, ja, komm her. Liegt. Danke. Warte, ich habe da noch einen geholt. Ich will schauen, was der hatte. Ich glaube, wir sollten hier um auf den Berg gehen. Ja, warte. Ja, zwei Kits. Nein, Mann. Was ist hier die letzten? Ach, du lockst dran. Einer 150er Hit. Bleib hier, die müssen zu uns kommen. Nein. Wann, du lässt dich das Save extra machen? Noch 160 Damage. Nice. Wow. Ey, wir haben halt nur wegen mir gewonnen. Naja, du warst schneller da. Sollen wir Pleasant Park, damit ich dich nicht ganz arm mache? Nein, komm, wir gehen jetzt einfach salty. Du hast jetzt zwei Wins. Letzte Runde. Ähm. Ich gehe gegenüber vom Blau. Ich gehe oben blau aufs Dach. Nein. Der hat Hits. Nein, Mann. Ich habe ein Medikit für dich. Der geht mit Luftballons hoch. Ich hab noch einen Hit gegeben. Okay. Sehr schön. Ey, hier ist noch einer bei mir. Oh. Einer down. Oh mein Gott, ich hab den anderen eigentlich low. Ah, nice. Och, warum bekomm ich den Kill nicht? Brauchst du Minis? Ja. Ah ne, ich hab grad welche gefunden. Kannst du Bandage mitnehmen? Äh, brauchst du Hilfe? Ja. Komm her. Er fällt runter. Einer tot. Beide. Ey, ich bin tot. Ich auch. Ja, ich kann nichts machen. Egal. Oh nein. Endlich mal ne Runde verloren. Also letzte Runde verloren finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm. Hm, war schade. Aber eigentlich haben wir voll gut gespielt, oder? Ja. Ja. Okay, wie viel hast du dir jetzt verdient? Wie wachs? Ähm, wir haben zweimal gewonnen. 27.000 Wie wachs. Alter. Ja, okay. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm, weil du hattest ja gestern Geburtstag. Aber du willst ja dann schon den neuen Skimm mit dem Code ARENA-Fan, oder? Ja. Okay, hast du jetzt alle wie wachs? Ja. Kannst du mir vielleicht noch ein Bild am besten schicken, dass ich das einblenden kann? Ja, ich schick's dir gleich. Und vielen Dank nochmal. Also, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und vergesst nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und vergesst natürlich auch nicht, den Code ARENA-Fan im Gegenstandshop einzutragen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.